12. Februar 2019 18.15 Uhr Jan Boller erhält einen Profi-Vertrag bei Leverkusen Nachwuchsspieler Jan Boller hat beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen einen Profi-Vertrag bis 2020 unterschrieben. Dies bestätigte der Verein am Dienstag. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger, der seit 2013 Dekasekunden Bayer Trikot trägt, kam in der laufenden Saison 16 Mal in der U19 der Rheinländer in der A-Junioren-Bundesliga West zum Einsatz.